Was sind Alternativen zu Koffein? Was kann man machen, um wach zu werden ohne Koffein zu nehmen? Ich habe schon mal vorgesammelt, Ingwer, kaltes Duschen, länger schlafen. Was gibt es noch? Alternativen zum Koffein die nicht runterliegen sondern weit oder sehr weit oder astronomische über Koffein mit dem BTMG geregelt und Herstellung Handel und Besitz führen zu einer Strafe die mit Glück erst nur Geld im Durchschnitt Haft und Wiederholung sehr lange Haft als Abonnements garantieren. Die Frage ist nicht ob man erwischt wird sondern nur wann und wie lange dann die Tür nicht mehr von innen aufgeht. Ja alles unter Koffein wäre dann Tee nur bestimmte Teesorten schwarzer Tee und Zucker ist auch ein Lucky Lieferant ja einen sofortigen Überschuss mit schnellem Abbau der Leistungsfähigkeit bedeutet also. Fühl ich mich richtig energiegeladen und jetzt fühle ich mich schon ein bisschen müde und jetzt habe ich Hunger und bin irgendwie auch so matschig. Ist gleich Zucker. Da fällt mir gerade nichts mehr ein auf ein gesunder Lebensstil dazu gesunde Ernährung und ein guter Schlafnachtrhythmus mit Erholungsmöglichkeit. Kann kein YouTube Video bis man ein pennt und YouTube Videos laufen während man pennt so dass man gar nicht tief schläft und dann möglichst wenig Schlaf mit möglichst wenig Tiefschlafphasen und noch den Wecker per Fußtaster gleich Stuhl vorher damit man nochmal richtig schön auf wacht auf wacht auf wacht danke möchte muss ich an der Ruhe auftanken. Sehr kraftvoll und energiegeladen und wach sein möchte der muss sich an der Ruhe auftanken bis der Akku voll ist. Früher ins Bett gehen, tagsüber in die Natur gehen, Sport treiben. Das Problem bei Koffein ist, dass es funktioniert wie ein Überziehungskredit. Es erlaubt es dir, dein Leistungskonto kurzzeitig zu überziehen, aber du musst es dann mit Zinsen wieder zurückzahlen. So gesehen ist das generell keine gute Idee. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.